Die hierzu erwerbende neuwertige Drei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Nürnberg. Die Immobilie wurde 1969 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Parkplatz. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 68 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 123.500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.